Hallo Matthias, danke, dass du uns zeigen willst, wie dich digitale Barrierefreiheit betrifft. Erzähl uns was über dich und stell dich mal bitte kurz vor. Dankeschön, gerne. Ich bin der Matthias, bin 34, studiere Slavistik, den Master Bosnisch-Kroatisch-Serbisch an der Uni Wien und auch interdisziplinäre Osteuropa-Studien, den Master und bin von Geburt an vollblind, seit dem 19. Lebensjahr zunehmend schwerhörig, weil meine Innenohren degenerieren und freue mich heute hier sein zu dürfen. Dankeschön. Erzählst du uns, wie du normalerweise am Computer arbeitest, wie funktioniert das? Ja, ich habe einen Screenreader, beziehungsweise zwei eigentlich, hauptsächlich nutze ich JAWS, der liest einfach den Bildschirm vor quasi und eine Preilzeile, mit der ich dann mit dem Finger mitlesen kann quasi, was am Bildschirm steht, weil eben immer nur eine Zeile und die besteht aus 40 Zeichen quasi, also man kann den Überblick bekommen, das ist ein bisschen schwieriger, aber es funktioniert sehr, sehr gut. Ja und das zweite Screenreader ist NVDA, der heißt Non-Visual-Desktop-Access, der ist kostenlos und wird immer besser, aber ich bin JAWS mehr gewohnt, also ja. Und wie kommst du mit der Software an der Uni Wien zurecht? Wie tust du dir da? Kommt auf die Anwendung an, ich würde sagen mittelmäßig. Es gibt leider Dinge, die sich ja seit, naja, guten fünf Jahren mindestens nicht verbessert haben. Also dieses ganze U-Find und U-Search, aber vor allem U-Find eigentlich, ist einfach nie WCAG-konform konzipiert worden, also barrierefrei gemacht worden, kurz gefasst und das ist halt deshalb problematisch, weil dadurch einfach die Suche von Vorlesungen zum Beispiel massiv erschwert wird, man braucht viel länger und es ist unübersichtlich und da könnte man relativ viel verbessern noch. Du sitzt jetzt also schon an deinem Laptop mit deinem Computer. Kannst du uns jetzt zeigen, wie du mit zum Beispiel U-Space oder U-Find arbeitest? Ja, sehr gerne. Ich mach mal U-Find auf. Genau, jetzt öffne ich einmal das Vorlesungsverzeichnis. Und jetzt öffne ich einmal die interdisziplinären Osteuropa-Studien, also 7.11 Master Interdisziplinäre Osteuropa-Studien und jetzt habe ich die Seite geöffnet und da das Problem ist, dass man sieht, im Prinzip Kapitel im Vorlesungsverzeichnis ist eigentlich die einzige Überschrift, die es auf der Seite gibt. Okay, es gibt noch eine Maß, interdisziplinäre Osteuropa-Studien, also die ganze Unterstruktur, wo dann steht, welche Module es gibt und welche Vorlesungen zu welchen Modulen gehören und so, sind überhaupt keine Überschriften. Das heißt, man kann wirklich nur händisch mit dem Cursor von oben nach unten navigieren und muss wirklich jede Vorlesung durchgehen, sonst versäumt man die nächste Überüberschrift, also wo dann zum Beispiel steht PM1, also Pflichtmodul 1, Pflichtmodul 2 und so weiter, sind einfach nicht als Überschriften definiert. Und du hast tatsächlich jetzt was verstanden in diesem langen Wortschwall, der da jetzt gekommen ist, obwohl das so wahnsinnig schnell ist? Ein Teil und ein Teil habe ich jetzt auf der Preilzeile nachgelesen. Ah, okay. Also ich arbeite immer kombiniert mit der Sprachausgabe, wir sind alle mit dieser Sprachausgabe ausgewachsen, das heißt wir kennen die in- und auswendig und ja, der Rest steht auf der Preilzeile. Okay, das heißt die Details lest du dann auf der Preilzeile nach? Manchmal. Jetzt ist es mir, ich arbeite meistens mit Kopfhörer, eben weil ich schon schlecht höre und da verstehe ich es natürlich besser. Also wenn ich etwas genauer lesen will oder mir besser merken will vor allem auch, dann lese ich gerne auf der Preilzeile nach. Oh, okay. Gibt es noch etwas anderes, was du hier zeigen möchtest, was Leute oft fragen, was erwähnenswert ist? Ja, was gut funktioniert und auch wesentlich besser funktioniert, das hat jetzt leider auch ein bisschen abgebaut, aber war schon immer noch recht gut, ist Moodle generell. Die elektronische Lernplattform, die ist sehr, sehr cool, wo man dann einfach auch Inhalte hochladen kann als Lehrender und so. Du könntest mal die Preilzeile erklären und liest du immer mit der linken Hand oder auch mit der rechten? Und wie haut das hin? Kannst du immer schon Preil, also hast du von Anfang an Preil gelernt? Ja, also Preil habe ich in der Volksschule gelernt, also im Prinzip im Bundesblindeninstitut lernt man Preil eigentlich wirklich von der, ja so werden Sie in der Schwarzdruck, lernt man als Blinder Preil immer schon quasi seit der Volksschule. Beziehungsweise habe ich sogar schon ein bisschen davor gekannt, weil ich so ein Steckbrett gehabt habe, wo man Preil lernen kann. Preil besteht eben aus 6 bzw. 8 Punkten, am Computer aus 8 Punkten, die so angeordnet sind, also links oben ist der erste Punkt, darunter der zweite und darunter der dritte ist der dritte, in Spalten quasi, das ist 1, 2, 3 und 4 ist dann der erste Punkt rechts oben, fünfte, zweite und sechste dritte rechts unten dann quasi und 7 und 8, da sie später dazugekommen sind, sind einfach, während der 7 und 8 sind die letzten beiden Punkte unten, werden sie so bezeichnet. Punkt 7 am Computer ist die Hintergroßschreibung, also man hat dann ein Großbuchstabe an dem Punkt 7 noch dazu. Da ist jetzt natürlich die Frage, und was ist mit Punkt 8? Punkt 8, einerseits hüpft der Cursor, bestellt aus Punkt 7 und 8, da hüpft der Cursor, wenn er blinkt, man weiß immer wo der Cursor ist. Punkt 8, am Computer Preil gibt es manche Buchstaben, zum Beispiel das Ö, hat aus irgendeinem Grund den Punkt 8 am Computer auch noch dazu bekommen, bzw. das große Ö rutscht dann überhaupt eine Zeile hinunter quasi, also es ist dann, das Ö wäre Punkt 2, 4, 6 und dann ist es auf einmal 3, 5, 8. Okay. Der Google weiß warum. Das ist halt der Computer Preil unterscheidet sich von der Vollschrift, quasi die ja nur aus 6 Punkten besteht. Schreiben tust du mit der Tastatur am Laptop? Ja genau, mit der normalen Zehnfingertastatur. Mhm. Man kann auch mit der Preilzelle schreiben, tatsächlich mit dieser. Mhm. Also Preil schreiben mache ich aber selten. Okay. Ist wahrscheinlich weniger effizient, weil man mehrere Finger für einen Buchstaben braucht. Ähm, wenn man es gut kann würde ich sagen, es kommt ja in Summe wahrscheinlich, aber es ist vor allem auch gar nicht so einfach möglich. Die Preilzelle hat eine eigene kleine Tastatur, aber die direkt am Computer übertragen die Preilpunkte, weiß ich gar nicht, ob das die Zeile kann. Ah, okay. Das ist eher dient. Mhm. Okay. Und du liest mit beiden Händen? Genau, ja. Ich lese, also linke Zeigefinger benutze ich vor allem, um die Zeile zu halten wie in einem Buch, wenn man so ein Buch liest. Und mit dem Rechten liest man. Auf der Preilzeile ist es ja so, man hat ja nur eine Zeile. Mhm. Das heißt, ich lese einfach mit beiden Zeigefingern immer irgendwie. Mhm. Und wenn es schnell gehen muss, mit dem linken natürlich, weil das fängt ja links an, die Zeile quasi. Und bis zum Ende der Zeile lese ich aber mit dem rechten Zeigefinger. Das macht aber jeder anders. Alles klar. Und das heißt, die Zeile wird immer als ein ganzer aktualisiert oder wird das nach und nach aktualisiert, was da steht? Nein, immer die ganze Zeile. Also wenn ich jetzt einmal mit der Pfeiltaste runterglösche, zum Beispiel Inhalte gehe und am Ende. Das ist halt so eine Information von der Seite. Da steht zum Beispiel Link Universität Wien. Mhm. Und es wird immer die ganze Zeit auf einmal aktualisiert. Also das ist jetzt nicht so, dass sich da noch ein langsamer aufbaut oder so. Mhm. Punkt 7 und 8 hier im Übrigen dient zur Unterstreichung eines Links, weil es ein Link ist und Punkt 7 und 8 dient zur Markierung. Aha. Da steht Universität Wien und Universität Wien ist unterstrichen. Ja. Gibt es noch andere Webseiten, wo viele Fehler auftreten oder viele Probleme auftreten, wenn du die Webseiten durchliest? Gibt es da bei Formularen und Bildern zum Beispiel viele Probleme? Formularen, Bildern, Formularen ja, aber auch vor allem bei Einstellungen. Also einfache Checkboxes, die mit irgendeinem komischen Ding überlagert werden, sodass man es gar nicht nutzen kann. Also das wäre eigentlich ein Kontrollfeld und ist aber, man kennt nicht, ob es aktiviert oder deaktiviert ist. Das gibt es aller Orten. Und da gibt es einige solche Beispiele, wo man einfach aufgrund der Webseite scheitert quasi. Das heißt, da wird visuell etwas vermittelt, was aber für dich als Information nicht zur Verfügung steht. Genau. Obwohl das eine Checkbox ist. Das ist ein normales Kontrollfeld. 0 und 1. Ich verstehe nicht, wie man das so falsch machen kann, aber die haben es geschafft. Und das gibt es an vielen Orten. Es gibt viele, viele Webseiten, die eben nicht barrierefrei sind. Leider gerade die Uni Wien hat sehr, sehr viele davon. Möchtest du uns auch irgendwas erzählen, was dich am meisten stört oder behindert beim Studieren? Ja, es ist eben einerseits solche Dinge wie YouSpace. Also YouSpace ist weniger, wobei der Prüfungspass zum Beispiel schlecht bedienbar ist. Aber YouFind vor allem, das Vorlesungssuchen dauert wirklich unnötig lang. Das könnte man wirklich vereinfachen. Wenn man klare Überschriftenstrukturen hätte und das einfach schön formatieren würde. Eine zweite Schwierigkeit ist natürlich die Literaturaufbereitung. Also da ist es echt so, es hat sich zwar verbessert im Vergleich zu wo ich begonnen habe 2011. Aber es ist halt nach wie vor nicht konsistent quasi. Manchmal funktioniert es besser, manchmal schlechter. In dem Moment, wo ich aber studiere Slawistik und da gibt es halt einfach viele Sprachen. Gerade in den Einführungsvorlesungen. Und da ist leider die Skriptenstelle, also die aufbereiteten Literaturbereitung frei ziemlich überfordert damit. Das heißt, ich habe mein Einsteigerwerk einfach nie bekommen. Oh, okay. Solche Dinge funktionieren nicht. Was halt auch dazu kommt, als Studierender mit Behinderung ist man eigentlich nicht wirklich vertreten. Also man kann sich nicht einfach an die ÖH wenden, weil man dort einfach keine Antworten erhalten wird. Das heißt, dass dein Studienerfolg auch davon abhängt, wie schnell die dort arbeiten bei der Literaturstelle? Absolut. Und das ist möglichst eines der größten Probleme überhaupt, weil natürlich. Es hängt davon dann immer ab, ob die Professoren Skripten zur Verfügung stellen, die lesbar sind. Folien. Wenn es nur mit Folien ist, dann ist es auch sehr mühsam. Dann weigert sich das Literaturservice-Folien aufzubereiten, weil ihr nicht im Bestand der Universitätsbibliothek sind. Und das macht alles sehr mühsam, weil das ist halt Prüfungsstoff auf den Folien. Das braucht man einfach. Also wäre schon gut, wenn man die auch verpflichten könnte, das so aufzubereiten. Okay, ich verstehe. Und gibt es noch irgendwas, was du uns erzählen möchtest über das Studieren als blinde Person an der Uni Wien? Ja, das ist immer recht spannend, weil pro Studium dann meistens nur eine blinde Person oder vielleicht manche mehrere. In Jus gibt es vielleicht ein paar. Das Studieren ist halt, man muss immer so ein bisschen Pianierarbeit leisten. Ist dann natürlich auch recht spannend. Und ja, zu den Mitstudierenden habe ich leider eigentlich ziemlich wenig Kontakt meistens. Also mich kennen viele von der Weiden quasi, aber ich dann ziemlich wenige. Beziehungsweise selbst wenn ich sie kenne, erkenne ich sie ja nicht optisch. Und gerade wenn sie sprechen vielleicht an der Stimme. Aber es findet wenig Interaktion statt, verhältnismäßig. Also so zusammenstehen und plaudern kommt dann ab und zu, aber eher selten vor leider. Was natürlich schade ist. Aber ja, man ist ein bisschen so der andere letztlich. Vor allem auch wenn das Gehör schlechter wird noch zusätzlich. Alles klar, verstehe. Ja, danke auf jeden Fall für das Interview. Get it. Get it. 1 2 1 2 4 8 Vielen Dank.